Versöhnung in Sicht. Prinz Harry und König Charles nähern sich langsam an. Seit Jahren herrscht zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan und den restlichen Royals Eiszeit. Angeblich möchte Harry das Verhältnis zu seiner entfremdeten Familie verbessern. Der Adelsexperte und Autor Robert Hardman sieht einen besonderen Weg zur Versöhnung. Gegenüber Fox News Digital erklärt er, dass Harry wieder regelmäßig nach Großbritannien kommen sollte. Dabei könnte er seinen Vater gemeinsam mit seinen Kindern besuchen und auch Meghan, wenn sie es möchte. Doch dafür müsste auch die ehemalige Schauspielerin über ihren Schatten springen. Wir spüren, dass Meghan nicht gerne nach Großbritannien kommt, meint Hardman. Wenn aber die Kinder ab und zu ihren Großvater sehen könnten, würde das helfen, wieder Normalität herzustellen. Es wird ein langer Prozess sein, aber die Tür ist nicht zugeschlagen, betont der Schriftsteller. Er schließt aus, dass eine Versöhnung von heute auf morgen stattfindet. Interessanterweise haben die Sussexes bereits einen Schritt in diese Richtung unternommen. Die Wahlamerikaner haben sich ein luxuriöses Anwesen in Portugal zugelegt. Die britische Rundfunksprecherin Helena Chart sieht darin ein positives Zeichen. Portugal ist ein paar Schritte näher am Vereinigten Königreich, erklärt sie gegenüber Fox News Digital. Das deute darauf hin, dass Harry und Meghan hoffen, mit der königlichen Familie Frieden zu schließen. Ob die Familie bald wieder vereint sein wird, bleibt abzuwarten. Wolfgang girl Untertitelung des ZDF, 2020